Musik So, Peter, wir haben uns all mit Ländern nicht getroffen. Droggehaftet hier ein Dorf. Also ich habe so viel Droggeschätten gehört, doch wohl mehr so viel aus du, he? Ah, Viktor. Ein Bett habe ich all, na, ich will nicht sagen, für jeden, aber meist. Hast du mich gebannt? Doch, so, ja. Ich dachte, wie hat das mal was abgenommen? Oder die Droggehaftet nicht mehr? Das ist auch so viel Droggehaftet. Die Frage, die haben sich gesummelt, hier, wie können wir viele Fragen beantworten. Ja, das ist gut. Wir haben von dir, wer wir mal, wer wir mal von der Frage von Susanna Bückert. Bückert, das ist in der Fall Badjahrs, ja? Susanna Bückert steht, ja? Bückert, ja. Es wurde nicht von wo die gehört. Dort ist ihre YouTube, da haben wir Kommentare. Ja, ja, ja. Und dann kam einer da auch eine Frau an einer Stelle. Und dort hat sie gut gemerkt und sie fragt, wer sind die Katholiken? Okay. Interessante Frage, he? Ja, das ist eine gute Frage. Also in Deutschland haben wir viele von euch, in Adler Städermäuer, in Adler Wenya, aber wir haben auch noch viel. Die sind sehr Vertreter in Deutschland und in Europa, aber auch in der ganzen Welt. Ja, wobei ich euch in Russland meist nicht kenne. Meist nicht. Ich kenne dich, mit Hablief, Hablief, Hablief hierhert. Ja. Wisst ihr dort, dort dort plottische Katholiken gibt? Ja. Hast du mal wen getroffen? Ähm, so wie locker, nicht so wertlich, sich unterhäule, aber, ja. Ich war mal in Kiel, da ist ganz im Norden von Deutschland. Und dort redet man auch nicht, weil ich hatte eine Familiennummer für jede, und da redet sich mal klar Plottisch. Dann sag ich, da ist sie von den plottischen Katholiken. Mhm, okay. Dort wirst du nicht dort zum Kauf, aber, ja, in Russland, als unsere Vereldre dort eine Ölkolonie wäre, und dort besiegt, dort wäre dann auch andere Darpa, und dort unter anderem wäre Lutheraner und Katholiken. Ja. Plottische Katholiken. Richtig. Das ist interessant. Nicht alle Plottische sind Mennoniten, nicht alle Mennoniten sind Plottisch. Das betrifft noch andere schöne Menschen. Ja, ja. Und ohne Plottische betrifft auch noch andere Dinge. Das betrifft den siebenden Dagen Adventisten. Mhm. Hört mich auch ein bisschen, wenn man sie irritiert, wenn ich sie trafde, aber das betrifft auch. Und das betrifft auch noch andere. Also Mennoniten, Mennonitenbräuden, Baptisten, dort ist ja auch noch soja bekommt. Ja, sehr verbreitet. Ja, für die Töne. Ja, für die Töne. Ja. Aber andere, der Dachsinn, jeftet in Russland viel, aber er töne mal einzelne Menschen, wenn die Hand jentje. Die Plottisch sind. Ja. Die Plottisch sind. Ja. Er töne. Aber, ja, der Mischte, der ätternete, der nannte sich Minister Mennoniten oder Baptisten. Mhm. Dort hat sich nun die Richter an soja geeft, ja. Ja, ja, dort wird vielleicht nochmal ein anderes Thema sein, wer dort da gekommen ist. Aber der fragt, wer sind Katholiken? Mhm. Weißt du, was bedeutet der Name Katholik überhaupt? Na, sag mal. Na, dass ich ein Ritter gelesen habe, sag ich dort, oder meint dort allgemein. Mhm. Der allgemeine Töcch. Der allgemeine Töcch, aber das wurde allein erst, das ist zum Beispiel der katholische Breiv. Mhm. Ja. Das sind die Breiv in der Bibel, wenn man allgemein geschrieben hat. So sagt man dort, ja. Ja. Na, sag ich mal, der katholische Breiv. Mhm. Das wäre gar nicht entschleuchtet worden. Äh, an sich nicht. Nee, nee. So aus vielen Nummern auch, der für Wort entschleuchtet gebrückt wurde. Ja. Aber, ähm, die katholische Töcch, ähm, sagt von sich selbst, dass sie der älste Töcch von aller anderen Töcch, der ist. Mhm. Ähm. Ähm, die wort dann doch wohl ein Jahr, wort wir dort, 300 oder 500 nur Christus? Nee, oja. Viel auch oja. Viel, viel, ja. Ja. Die katholische Töcch sagt von sich selbst, dass sie ohne Dardig nur Christus. Dardig auch? Dardig nur Christus. Ähm. Ähm. Entstunde, wo auch immer. Ähm. Ähm. Nur Christus dort, hey, abgestunde wie in dem Graf. Nee, aber da lefte ja noch Johannes zum Beispiel. Zum Beispiel, jo. Ja. Dort sagt die katholische Töcch. Die katholische Töcch nannt sich selbst die Töcch, für die Christus, Jesus gestorbe ist. Und, ähm, die zei, wie sind die Töcch, die sich direkt auf die Apostel erinnert. Ähm. Ähm. Das ist, ähm, die noch kommen von der Apostel. Krat. Ja. Ja. Okay. Zäun reden immer von der Töcch, die katholische Töcch. Wie, weil wir reden, wir reden immer von der Gemeinde. Töcch ist für mich das Haus. Für mich auch, jo. Ja. Und die Gemeinde, das sind die Menschen der Werner. Ja. In der Kleuf beendet das doch wohl beides, he? Es scheint so. Es scheint so. In Deutschland wird hier so allgemein gesagt, wir haben zwei große Töcch, die, so zu sagen, die Landstöcch sind. Die evangelische Landstöc und die katholische Landstöc. So, und in dieser Landstöc, dort talen sich viele, viele einzelne Gebieder, so was wir dort verstehen. Ja. Die Töcch, die eine Ursache durchstehen. Ja. Dort haben wir, wie bei den Mennaniten auch gesagt, also wir haben dann manchmal eine Mennaniten-Töcch, aber viele Gebieder dann, und dann viele Dörpen, und dann geht aber zu einer Gemeinde. Ja. So ist es, ja. Also, dort haben wir auch ein Mist, so an der Rechten, ja. Tja, eins, wo uns nicht vorhanden fährt. Nein. Die katholische Töcch hat eine sehr strengige Hierarchie. Was heute dort? Eine auf der Zeit? Ja. Ja, das geht dann, also man kann sagen, von wo in der Uni oder von unten in der Uni, die konzentrieren ist aus der West, ganz wo steht der Popst. Mhm. Das ist auch vorhin passiert. Na ja, das sind auch Menschen, he? Jo, 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 jo. Also, auch wann die eine katholische Töcch sei, dort die Popst ohne sind ist. So sei es das. Jo. Und dort hei auch die machthafte Sünde zu vergeben. Mhm. Also, wann wir, sozusagen, Sünde für jeweils, hei, wie das nicht ernst üt, wie deine dort wahren wird, dann das ist Jesus Christus. Jo. Wie ich leue und sind davon auch sehr fast überzeugt, dass bloß Jesus Sünde für jeweils kommt. Ich kann nicht irgendeinem Hand gehen und so nicht verteilen, was du gewöhnt hast und dann für jeweils die den Sünde. Du kannst ihm das verzeihen? Jo, jo, dort, jo. Aber nicht. Jo. Aber wenn er verteilt, du hast sie dort, du steuern, du steuern, du steuern oder noch irgendwas. Dann kann das nicht sein, so du hast mein Geld verteilt, du hast alles Geld, ich habe die verhievt. Mhm. Und so wird eine katholische Töcch aber praktiziert, ja? Nicht mal bloß die Popst, da sind auch die Bischöfe, also die Prediger, die Priester, für die Schaufer. Ja, die Priester, ja. Wer nennt einer dort Beichte? Beichtvater? 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 Was ist Beicht denn ab Plotić? Ui. Ja. Du fragst mich denn jetzt. Auf Prachen? Jo, so Fleisch. Sind die Bittane? Sind die Bittane vielleicht? So fern um andere Mensch? So ein Ziffer, wo der dort sei, ja? Der habe ja sehr adliche Sachen, wort eine nukome Mord in die die hier dort. Jo. Wann ein Mensch, der die katholische Töcch sich teilt, der längere Töcch nicht zum Beispiel gegohne ist, dann wurde er auch mal tracht gewesen, wort ihr sagst, wann wirst du mal endlich? Das war Tid. Das war Tid, ja. Es hat bei der Katholik auch so aus Beants, und er kennt die Welt, ein Wort aus meiner nicht geboren, bei denen sie wurde katholisch geboren. Ja, Tid, ja. Und er hielt dann irgendwie dort, ja? Das ist die Geburt. Jo, Meister, wenn ein Esel im Kausstall geboren, wurde dann es hat lang noch nicht in der Kau. Auch nicht in Piat, nicht in Piat? Auch nicht in Piat, nee. Nee. Aber vom Nomen her, ist hier doch bei uns. So, Meister, ja. Ja, und bei denen, das wollte ich auch sagen. Also, da habe ich... Ich denke, ja. Jo, jo, jo. So, sie kennen hier dann noch einmal nach sein, weil ich dabei bliebe, da weil ich ein anderes annehme. Ja. Und sie denken hier, da verneuert, nur acht Wochen, da verneuert. Denn die... Ich werde in Kanzi nur aus Kanzlinie. Ja, ja. So, da habe ich es doch falsch gesagt. Die war auch ein Bild mit Wouter begut. Aber in der Daupe hast du doch? Und der Daupe versteht Daupe, im Wouter und der Daupe. Ja. Und das wurde mit den Kanzlinien nicht getan. Du hast dann eine große Kamm mit Jesee in dem Wouter. Und da wird der Priester dann so ein Klingbeet über die hohe Form zentiert. Ja. Du hast ja verschiedene Formen von Daupe. Ja. 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 So ist das. Ja. 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 aber Befehle. Und das fand ich interessant, das ist bei uns, bei den Mennoniten auch so. Ein Freund in Bolivien, der sieht, die Menschen werden in der Buchstuhe gekommen und hat eine Bibel verlangt, er hat nur eine Bibel gefragt, aber sie wollen die ganze Bibel haben. Ja, sag ich, hier ist es, hier habe ich dich. Natürlich, sie nennen es auch nicht, hier sind ein paar Grüfe nicht mehr, dann ist es nicht die ganze Bibel, dann haben sie es nicht komplett. So, warum seien die Bibel beadelte die anderen nicht? Dazu noch mal eine Frage, ja? Also bei der Katholik und so viel aus, ich wollte die hier die dort te. Und wir haben die nicht, in der real nicht. Also, die große Striebe, du meinst doch mal die Striebe, die all veradelt 100 Jahre, bis hier, veradelt 100 Jahre, ja. So, und da wurde die Mensch, die sich durchstrieden, die um einig, durch die Apochriffe, Gott zu lesen sind, aber nicht, dass Gott es Wurz sind. Ich glaube, das ist auch Martin Luther, hat das gesagt, ja? Jo, jo, jo. Das ist gar nicht schlecht, weil wir da bei einer Bitte lesen, also, wir haben thuis eine Bibel, wo die Apochriffe mit der Bies sind, und da hat dann die Bibel, nur die Übersetzung von Martin Luther, mit Apochriffe. Ich habe das mal gehört, dass es gesagt wird, wir nehmen die nicht näher in der Bibel, weil es Jesus, aus heute Predigen, aus heute Biespielen, die Menschen lernen, das hat dort Vorken, oder einmal wahr, das ist auf dem Ölentastament anwiesen, aber niemals Apochriffen. Nee. Und da wir uns sagen, dann, die hier, die da nicht haben, die dann gehört zum Lesen, aber die hier nicht zu der Bibel, das ist ein Grund, doch wahr? Ich denke auch, dass die Tiet, aus Jesus' Lehre, die Apochriffe noch gar nicht da wäre. Doch, ich dachte ja. Ich weiß nicht, da kann man sich überstrieren. Ja, ja. Genug, das SPD in so, den nehmen wir dort hier und dort hin, aber die lesen auch die ganz, die weinliche Bibel, erzählen mal von Martin Luther oder von Menge, ja. Und auch andere. Ja, ja, Elberfelder und so wieder, also, er war satt, auch im Englischen, auch so haben sie da Ehre, wo sie da. Ja, also dort wurde ja ein Punkt sein, wort ich von er noch, nach der Tjane gelehrt haben. Du, dann wollte ich dir eine Geschichte vertellen, was ich da habe. Und ich sehe hier in Dortm eine Konferenz, und da war mal eine evangelische Früh und sie brachte eine Predigt. Nichts unten hörte ich mir das an und ich dachte, also du wäscht hier das Kaderländische Reich und alles ist schön und bloß man läuft bedeut und alle Menschen sind die beste und jeder Glaube ist richtig und so wird das Ganze abgebucht. Hm, fand ich interessant. Und dann kam ein, ab der selten Konferenz kam ein katholischer Priester. Mhm. Er hielt da eine Predigt. Ich deut mich erst mal ein bisschen schwer, für die hat sie dort nicht gewarnt, wann man so einen langen, schwarten Rock noch ist. Ja, ja. Das ist für mich, ich deutet dann auch furz mit so Aufstand von der Hölle. Das war das an die Verteile. Du weißt das Wort? Dort wird das reine Evangelium und klore Sache wird heute von der Fähre sind. Wow, dachte ich sie also. Das gefällt mir. Mhm. Ich dachte, ich mag nicht nur die Menschen von Bühne tüten, ich mag her, was ich leert, was ich selbst geläuft. Also dort wird ich in Beth, ich habe auch andere erforderlich gemacht, ich will mal in Spanien. Mhm. Und dort ging ich hier an so eine ölle katholische Töte nennen. Ich verstehe nicht, was ich da vertäule. Und, ja, das meiste verstehe nicht, weil es das Spanisch wäre. Und da riepte es dann die Menschen in der Fähre und beide auch mit dort Maria ihr sehen, ob ihr ein Opa leistet. Und dann fahre mir auch, wer soll Maria, die Mutter Gottes, sollst du das sagen, für ihre denn? Das kann die nicht sein. Nee, es ist auch nicht biblisch. Nee. Maria ist eine bekommende Person in der Bibel, sehr bekannt, aber ist keine büte jeweilige Heilige. Und so sagt Dr. Rüther hier, von denen wir dort messen, aus wann der Maria kommen Jesus kommen. Mhm. Aber eine Bibel finden wir sie doch nicht. So finden wir eine Bibel nicht. Jesus sagt ganz klar, es ist die Wahrheit, die Wahrheit in dort leben. Das steht nicht in Maria oder noch in dort. das Maria ist eine mitkommen. Ja. Das steht nicht. Also wir sind direkt. Nein. Nun vordern das ist Jesus. Ja. Und wir können auch nicht Maria anbieten und sei bad für mich wie Jesus oder so. Damit mich geholfen wurde. Das wurde auch immer. Und doch finde ich aber, das habe ich hier dritte gelesen, dort der Katholiken, doch dass er treu ein steht und leere deine , dass heute voder Gott gott der voder seien ein helliger gest. Ja. Wenn man sich damit mit mehr beschafft wird, wo die entstehen sind, wo das gekommen ist, dann möchte man ziemlich schwindeln, doch sehr viel von heidnischen Religion übernommen worden ist. Also von der Tradition wird noch ver Christus werden, ja? Ver Christus. Nicht im Jüdentum, sondern hier von Rheimer, Kult, von der Grieche und ein zweit Ander Meier. Das hat aus Konstantin, wie ein römischer Theiser, was hat das Christus Erzähltum, zu einer Staatsreligion erklärt. Dann fehlt die Brug, was passiert. Das trägt bloß eine andere Nummer. Und das wird von du sehr schwer sein, wenn du einen Katholik fragst, ob du weißt, dass die Einzige Dinge, die in der Katholische Tug passiert, ab dem Isiskult in Ägypten rinne werden. Dann würde ich sagen, nee. Nee, das ist biblisch. Und dort ist das Problem. Und mit den Tid in diesen Jahrhunderten, die da vergangen sind, hat sich dort so mit den eingefleischt, dort fehlen dort erstens gar nicht weiter und zweitens gar nicht in der Frage. Bei uns haben wir andere Sachen, die wir übernommen haben, zum Beispiel in vier Städte der Öster. Zum Beispiel. Ja. Aber dort ist nicht automatisch etwas schlechtert. So lang wir nicht nicht zum Gott machen. Das ist für eine Bedeutung. Und was wir machen. Im Süden von Deutschland gab es vier die waren in der Bäu eingestellt. Ja. Die Tradition kam von ich weiß nicht von vielen Jahren. Und da die Menschen waren hier im Darb in eine Schlucht in ein Jahr im Darb und waren vier an Städte auf dem Bäu dann sagen die Oh du hast Tag Menschen sind noch dort ist alles Geld. So Sie haben ein Orientier so 24 Jahre und dort kommt so am Beste dort die Tradition vier Toaster unterstellt. Das andere Geld ist man kann alles verbrennen was man im Jahr und Struck gesammelt auf Jo aber das ist dann nach den Menschen kommen und die sind lustig und haben die Eten drin in Worte orientieren wenn ich meine Freund trafe man wenn ein Sest im Jahr nicht kommt in Sud mit ihr knacken Jo kommen und ja das ist wie warm vor Genesse identität noch ziemlich kalt hier in und wenn vier gesteht worden kommen sie und dem Grote vier Gott also na ja halb nicht schritte nicht aber es eine gute Sache um Gemeinschaft zu pflegen Tritt zu der katholische Tür Ja die erste sagt man wer dort Christentum vom römischen Reich sozusagen verdrebe dort wurde nicht unerkannt die Menschen wurde verfolgt und viele wurden getriezigt und die Tiere in der Arena vergeschmerte und weiß nicht was alles und dann kommt dort aus ein mailänder Toleranz Edikt zum Schworen Wurde Ich kaufe mal von dem Teser Konstantin und diesem Edikt hat wir an 313 Noachristus 313 Noachristus dort wird dann viel ab Jehova dann dürfen die Christen frei leben im Römerischen Stad aber nicht bloß frei leben sie können auch direkt beäumter worden in regering na da mit reden ja und ab dann von dem Zeit hat sich dort mehr verbreiten können aber nicht alle Menschen haben sich betätigt die dann in die nennen kommen die sagen du hast das Geld sein dann gehen die einfach haben und so sind viele dann es gibt noch nicht eine evangelische und katholische die es gibt bloß ein nennen 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 kommen und dann nicht nennen nennen da kommen viel viel weiter so in diese eine jury katholische tozent wie die jw und wie die 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 retten und wie die die leere leren noch mal sie learn das rechte und sie haben aber abgelacht dass bestimmte rituale gehölle matte dort heute du magst so ja dort hier hielt sich am besten jeder sind doch aber waren die nicht erst dann wohnst du öster und zu weihnachten wohnst dort macht der aber denkt dann dort oben nehmen für die ober der priester dort verdienen wird erst so ja dann hat die dritte zähne mag man ja macht die dritte zähne dann die hier stehen nicht nur bis der geburt sondern da warst du auch mitglied trichert ja wort macht er noch haben du magst of prager das busse den ja also dat die hier dat er dort markt anbedingd weins nicht weniger als einmal de tja dat soll mählich so seine jura also habe ich wieder hier hat man fremd er hat ihn auch hier in katholik in der hause hat wie er aus einer schraubel jugend aus wenn auch während das da wie heute sehr aktiv du weißt wort schraubel jugend jungen schade da sind wenn man eine schnader nähsen aus zwischen tieren und sachen tieren in vier tieren sehr an so ihre regio noch nicht eine jugend in aus heuer dann mal ziehen die jünger marzine fremd netz und dann musst du so aufbrach oder beichten und da muss jeder dann abwehr ihr wort heu verschleichtete donau hat zeigte netz und nischt im dan sagt er trich er maschal dead es doyen wenn da nicht handelt erst der wind nicht aufbrach regieren ne und er heute mal am dann immer war er hier sagt in seine tornte wort heute auch von schlacht der wieder treu nicht nur also mohang ohne in seite barrik dort rüder funk zwischen die junges heute ditten dort gedone und dann ja für das geht und dann jentje hand sah da sich an die bird hand und dann sie dann oiz ist ein schlacht da in etch habe gestohlen en etch habe schlacht die tje sacht in etch habe jolo hier stohlen schlacht die tje sacht in irgendwie verbrief in ansatz hat im schluss seh dich dann amartem ein netz hier loge das ist das ach oder sich nüchig jedoch hier ja hier aus lassen etch habe jolo aha dann best jocke scheine so ist echt da holl ich dort geregelt wenn wir uns gilt es löw dort erst aber nicht das erne ne das ist nicht das erne Es geht, wenn wir irgendeinem haben, nicht gerade den katholischen Priester oder irgendeinen Freund oder irgendeinen Mensch, den man Gott vertritt hat, nur den man haben kann und mit dem man immer dort reden wird, einem Dritten in dem Leben. Das ist eine gute Sache, finde ich. Aber so die Bedienung, die das in der katholischen Church hat, hat das nicht. Also sie führte Weihnachten und sie sahen sich so ein Gott an für Menschen, halb auf verschiedenen Städten, bringen viele Menschen Ete und Kleider und so. Also sie sahen sich so ein. Aber wenn sie die Bibel lesen, würde ich nicht mehr wissen, weil wir erst da waren, ich wollte von Männer Simons, das war ein katholischer Priester. Und ihr seht nachher selbst, ihr habt die Bibel nicht gelesen. Richtig. Und da stelle ich dann an den Dritten vor ein Tätchen. Wir können es nicht sein. Ich wollte nicht aus den Fnord nachher, aber ich kann mich nicht verstellen. Es ist gerade die Tät aus Männer Simons und anderen Kalvin und viele andere Menschen, die sich zu einer Tät anfangen, mit der Bibel zu beschäftigen und mit einem nicht mehr in der katholischen Church bleiben können. Sie hat sich bezahlt? Sie hat sich bezahlt? Sie fangen nur an Jesus, wörtlich nur die Folie. Und Jesus seht, du darfst keine Götter haben neben ihr. Und dort ist es eine katholische Tür, die heute vorken, die voll. Sehr, und wenn Maria aus den Göttern und die Söhne wurde, dann ist das alles falsch. Was die Menschen hier sind, die sind ganz unerscheidlich. Aber wenn die Menschen sich nur betieren, dort heute, wenn sie die Bibel lesen, in der Tähne, dort sei eine andere weiß, keine Morte. Und hier nicht mehr die Tähne. Sie sind Tähne, ich einen guten Freund, Rüdiger Klauer. Ja. Ja, das ist in Wien, das ist in der katholischen Church. Und dann hat er sich dort dann das Bibel lesen und das Therese, also die trafen sich hier auch. Ja, ja. Und die reden dann von, was wichtig ist und vielleicht auch mal einen Priester-Typ. Und dann hat er gesagt, dass er diese Menschen in der Kirche, wo er dann mitgekriegt hat. Den will er das allem sagen, den will er das auch geben. Und das schafft nicht. Das ist schwer. Ja. Er sagt, er hat lange versucht. Und er hat keinen anderen Weg gefunden, als der Rüdiger zu gehen und sich eine lebende Gemeinschaft anzuschließen, wo er auch Klauer darüber reden kann. Ja. Es gibt ihm immer noch Menschen, die über die katholische Church kommen, die sich betieren, die wirklich Jesus nur folgen. Und die er hört, auch wirklich für die katholische Menschen, für die Church dort ganz warm als ein Voller Leib ist. Und diese Menschen, die Gune Rüte, die katholische Church, und die kann hier viele Menschen durch die Church. Ja. Mit denen trafen die sich dann unterwegs. Und mit denen versäht ihr den Menschen dann von Jesus wirklich zu vertellen, so als Jesus Essen, was sie erlebt haben. Und versäht ihr so, die Menschen von Jesu Leib zu sein. Also wie kann ich hier die Rütschlüte? Also erst mal von Grundleer, es ist dort nicht falsch, fehlst, sei vor Jesus, dem Sehen, in dem Heiligen Geist, auch, also wenn dort erst eine Irrlehre vom Grund her, würde ich sagen. Aber die Praktiken, dort würde ich mit dem Vorstahler auch so wirklich biblisch essen. Ja. Einige Dinge sind ganz klar, mit der Bibel nicht zu bringen. So sind offiziell Christen, ja, fehlst du diese drei auch Lehren, anbieten. Ja, mit der Praxis da macht eine Apostel. Und dann soll jeder selbst, tiert ihr erst das Wort, passen das für mich oder nicht. Da habe ich die Gemeinschaft mit den Menschen, wenn auch Christus nur folgt, sehr auch Zeit dort überleben kann. So ist es. Und alles, was man nie sieht oder nie hört, der am besten anhand von der Bibel, nur seine, nur tiert ihr, auch wertlich, so erst, und dann sich entschlühte. Ja. Also wir kennen nicht, dass das falsch ist, wir machen immer im Einzelnen nennen tiert. Ja. So ist es. Ja. So weit haben wir mit der katholischen Tüat. Ja, wir können noch sehr viel darüber reden. Ja, aber für fünf Tage soll das so weit sein. Ja, danke schön dir. Danke. Ich bin ja froh, dass ich nicht gut verstehe. Ich bin ja froh, dass ich nicht gut verstehe. Ja. Bye. Vielen Dank.